Hallo alle zusammen, so da bin ich wieder. Wir wollen uns jetzt den nächsten Chip holen und zwar im Nebellabor. So ihr könnt euch selber vorstellen und dann ab dafür. Los hopp hopp. Achso im Übrigen wir brauchen Gasmasken dafür, Gasmasken. Ansonsten gehen wir nämlich drauf. Ja ist der Idealfall, weil falls eine kaputt ist, die sich immerhin verbraucht mit der Zeit, dann auf jeden Fall eine zweite mit dabei haben. Okay, so. Los, 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 laufen. Wir haben noch keine Zeit. Oh, was, was, was? Wir kriegen von Lavor. Oh, da war es eine Feder. Komm her, ja komm komm. Eingesagt. Jo. Jo, ich habe keinen Platz mehr. Jo, jo, jo. Soll noch Platz im Rucksack. Oh. Oh. Mit den Fliegen aufpassen, die hauen dir deine Waffe weg. Oh, scheiße. Ich mach hier ja mal nicht den dicken Max. Autsch. Ja, Marcel ist wieder vorgerannt und wir haben jetzt... Ah ja, gut. Alles klar, deswegen starten. Gut. Ich rette mal wieder die ganze Welt hier. Ja, na klar, natürlich, klar. Äh, ja logisch. Hier ist noch Wurr. Dann muss nur noch kurz die Welt. Dann auch fliege ich zu dir. Hier liegen noch Teile rum. Was denn? Diese Wolle fliegen. Ja, ja, ja. Da haben wir die Einbitte. Infizierter Rüsselkäfer. So, dann lass weiter. Ja. Auf und davon. So, definitiv. Okay. Ah, ich sehe noch Pro Wissenschaft. Guck mal, ob ich da hinkomme. Auf die Schnelle. Einfach rüber rein. Das ist groß. Blatt. Ja, doch auf zu schocken. Die haben schon hier, ey. Nee, da kommst du nicht rüber. Äh, das sieht man auch so rum. Ne. Okay. Ja, das müssen wir nicht jetzt machen. Hups. Ja, super. Oh nein. Blöd, komm. Lauf, der ist schon da. Bell schon da. Okay, okay. Oh, ist ein Trick. Oh, das ist noch ein größerer Käfer. Ja, vor dem Ringkäfer auch. Ja. Der Shepard ist ganz gut da hinten. Okay. Okay. So, ich muss noch schnell was essen hier. Kleinen Moment. So. Shit, das geht gerade beim Laufen. Okay. Oh, komm. Woll. Trinken noch schnell. Nein, nee. Das ist aber wie beim Baden gerade. So. Okay. Weiter geht's. Au. Der hat mich von hinten wieder angefreckt hier. So. Ich weiß nicht. Cool. Cool. Wohl unsympathisch die Viecher hier. Ah. Oh nein. Das Labor. Auch nö. Das ist ätzend. So. Geht mal auf den Weg. Weg. Ja, genau. Spring es auf. Hüpp. So. Mit rechter Maustaste könnt ihr die Bombe einfach fallen. So. Sozusagen zum platzieren. Hand raus. Mach öff. Ja, öff. Oh, ich sag nicht das schnellste Ding hier, ne? Ja. Dauert ein wenig. So. Hier auch einmal drauf drücken. Wenn der rauskommt. So. Denn alles durchforsten. moment wenn ich was analysieren guck mal nach oh ja einmal die minze analysieren sehr cool ja wir brauchen schwarze ameisen brust platz schwarze ameisen hellen schwarze am meisten beinpanzer haben so was haben wir hier und wir haben feuerameisenhelm feuerameisen schild wie geil ist das denn feuerameisen weinpanzer und was hier feuerameisen das war es ja ich habe trotzdem platz ich habe doch halt drin geht es doch egal nicht so schlimm dieses labor hier geht aber nicht mehr zu wofür ist denn ein knopf sonst da ja na klar hat sich auch klappen heute lasst uns das mal anhören kommt zurück mutations are volatile but productive the shift from phase one to two was almost a blur there might be a reason it seemed like a blur if i may be so bold well who asked you burgle shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping to the intercoms huh now where was i oh yes my friends merasmius aureatus here the answer is hiding in that moist supple flesh and once i have it i'll be back to normal wendel in no time just like it was before the shawl fell apart i'll walk in that presentation room and show those ornament ominent schmucks i belong how do you like that director schmachter truly and the kids will come back everything will be back to normal i just need these blasted shrooms to reveal their secrets to me forgive me doctor to telly did you say you wanted mushrooms on that hui okay we are listening so nochmal schauen warte mal halt gesundheit nochmal einmal aufhören hier jawohl passt falsche wache falsche wache au 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 wir sollten aufpassen wenn wir in die Nähe kommen von den Dingern dann geht's los ich kann trotzdem nichts mehr aufnehmen jay du kannst ja eröffnen drücken ähm ja haben wir ok ja kleinen moment ja ich bringe auch gleich weiter ich muss kurz was essen ja mach das meine gesundheit sieht noch gut aus wie sieht's bei dir aus alles toti alles toti perfekt ich muss weiter gehen au weg wir haben am besten ein bisschen aufpassen mit dem blöden Zeugs mir noch na moment warte ich mach hier den fingerabdruck dings äh äh in der tat das war nicht sehen können hier lässt du mich durchsuchen ja 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 und guck mal dass der richtiger ist ja der nicht unbedingt haben wird so überreste moment was ist das hier äh aufklärungsnotizen spezialeinheiten okay was haben wir hier verdächtiger schnappschuss 3 dann hätten wir hier verteidiger abzeichen abzeichen eines ominent wissenschaftlers das zugang zu seiner arbeitsabteilung gewährt hier irgendwas hier lassen geht das nein ja ja nimm die drei nimm die drei äh sind nur das eine das andere sind Dokumente die ich finde so bei Daten mitnehmen so ganz interessant wie die das machen aber Marcel unser guter Bergführer du musst uns jetzt mal hier irgendwie durchführen am besten auch heile boah aber der hat noch gar nicht sein Geld gekriegt lassen wir ihn einfach vorlaufen ja ich meine es ich wollte schade dass du das jetzt erwähnt hast weil ne wir müssen ja erstmal sehen ob er sein Geld wert ist wahrscheinlich eher nicht pass auf wir hätten auch wir hätten natürlich auch eine Bombe reinschmeißen können Mann das doch hätten wir aber machen können ich hätte aber nicht gesagt was wir machen können wir hätten machen können ich habe hier noch nicht gebracht diese die dann auch drauf da der jockel der muss runter ich kann gerade nicht perfekt du läuft meine gesundheit moment meine gesundheit mutationen der haus hier wurde konserviert was ein bios genau so ist das mal gut dass man eventarmanagement machen hier mit sicherheit auch zwei was ich habe und ich habe richtig weil was ihr habt kann sein ich habe auf jeden fall jede menge rote ameisen zeug ich habe immer gesagt benutzt den bioscanner meine heilung ist gut ja herkommen wir machen jetzt im talmanagement was sehr wichtig ist für jeden der mehrmals mit mehreren leuten spielt so also ich habe müllen pelz wird noch nicht 15 stück ich habe hier spinnenseite nein netzfaden zweimal habe ich nicht ich habe jetzt noch hier so ein schnöchel der kann weg oder habe ich noch pilz auswüchse ich habe nichts was ich wegwerfen können erschrocken doch erstmal alles so in die mitte was hier denkt eventuell das könnte man gebrauchen machte scheiße momentan hätte ich da nichts anzubieten regenkäfer teile habe ich habe hier marmorschreiben und so oder quasi scherben habe ich ja gewährt und die zeug nicht rausfahren das war jetzt ja toll das war jetzt seemite seemite pilz auswuchs habe ich auch noch ja davon kann ja noch ein paar nehmen ich habe 15 und einmal sieben gebe ich dir die sieben stück bin ich erstmal wieder voll den wegschmeißen und das abzeichen tragen nur einer super man die maske hier wieder absetzen ja ich sehe das hier irgendwie noch grün nebel ich ja ist auch so hier ja ja mit dem melden pelz nehme ich wieder mit ja ich bin da schon voll hier könnte ich noch neben mir reicht schon ich habe noch 1 2 3 4 5 6 7 plätze frei hier ist noch eine sandmilbe wenn sie die auch noch haben willst so gibt es auch mit jetzt alles gut ja dann habe ich jetzt vier mit ja ja der chip warten wir doch erstmal im abandoning this facility immediately initiate the blazed earth protocol dr tully simulations indicate a ninety five point two a three percent probability of catastrophic failure i assure you the percentages are much higher than that now do it beep 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 so dann stecken wir mal schnell den drücken chip ein den super chip sogar wieder ein prozent schlauer das ist nicht schlecht ja also ich würde sagen ja wir machen uns jetzt hier wieder vom acker und das heißt mit anderen wurden für euch ihr habt den super chip wirklich so wenn ihr ihn habt und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschau 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 tschüssi